Irgendwann bei mir da die Truppe nicht mehr laufen. Ja, nicht nur bei dir. Egal. Mir scheißegal, wenn die Aufnahme scheiße ist. Geht einfach raus. Ich mag nicht. Ich geh rein. Nein. Er ist so groß. Ich hab keinen Bock auf Brückenkampf. Es wird eh so, dass wir wahrscheinlich eh einen Brückenkampf haben ohne Ende. Oder einen Stellungskrieg ohne Ende. Bis irgendwann mal keiner kennt Bock mehr. Bis einer ins Bett muss. So, ich hab schon mal zwei Stunden vorgeschlafen. Mir geht's gut. Das ist schön, ja. Ich bin eh wach. Also von dem her. Ah, das wird ne Aufnahme. Oh Mann. Aber der hat ja nur 250er Popcap. Also von da her. Ah, okay. Äh, worum kümmerst du dich? Gleich? Ich nehm die Briten wieder. Oder was meinst du? Äh, Brücke. Weiß ich nicht. Ich denk mal, ich werd mich gleich oben auf der rechten Seite hochmachen. Und die da verteidigen. Also die kleine Brücke, die einzelne. Ja. Denk ich mal, dass ich mich da oben rein stelle. Und dann halt da oben halt Stellungskrieg mache. Ja, gut. Hehehe. Ja, welche Handy-Tasche meinst du jetzt? Äh, weiß ich nicht, Schatz. Nee, reinlegen kann ich nicht, weil da kein Platz drin ist. Ich glaub, ich hab die da vorne umgelegt. Ah, sie ist hier irgendwo in der Nähe, mach ich Sorgen. Äh. Shit, jetzt soll ich grad gucken. Wann? Ich hab die gemerkt. Ich hab den das auf meine Code überweisen, weil der das doch im Minus ist. Nicht, dass keine Smifflik weg ist. Der ist ab. Ach, der kommt hier, der hol's ab?! Ja. Ach so. Ach so. Ja, das ist dann.. Ja. ... ... ... ... Hallo PC, verarsch mich nicht, sonst gibt es einen auf die Schnauze. Es ist, wenn es jetzt der Falte ist, ist errichtiger. Ich kann mich einladen. Gut. Ich schläg alles am besten raus. Oder ich schläg heute Abend alles raus oder so, dann kannst du ja morgen nochmal gucken, ob alles dabei ist. Ich lege das. Oh, 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 oh. Okay, wir sollten so schnell wie möglich die Brücken sprengen. Ja. So schnell wie möglich, also sofort Brücken weg und gib ihm. Und dann halt wirklich eine Verteidigungs-Dings bauen. Dass wenn die dann kommen, deswegen gehe ich auch auf Artillerie und werde die mit meiner Artillerie beschießen. Weil das nämlich der perfekte Punkt ist. Oder ich könnte auf Dings gehen. Ach, das ist schwer. Artillerie. Eigentlich, hä, warum hat der ein SS? Warum hat der ein SS? Hä? Warum hat der ein SS-Zeichen? Weil African-Mod. Was heißt das, SS? Sozial super. Sozial super. Ja, ich weiß schon, was SS bedeutet. Nur die Einheiten sind die anders. Nee. Okay, Gott sei Dank, okay. Das ist Panzer-Edite, glaube ich, oder? Glaube ich. Weil, ist keine Ahnung, hier mit SS-Zeichen gespielt. Ja, das ist Panzer-Edite, das Symbol ist nur anders. Achso, gut, da los. Ja, alter. Willst du keine Begrüßung auf dem Video haben, oder so? Achso, fang schon. Okay, dann, hallo, 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 hallo. Dann, willkommen zu unserem Spiel. Wir sind die Amis, also ich bin der Brite und das ist der Ami. Und zusammen machen wir jetzt die Deutschen kaputt. Machen wir das. Und die machen uns kaputt, das denke ich mal eher, dass die uns kaputt machen. Nein, wir machen die kaputt. Du musst positiv denken. Ich hab mir sagen lassen, das soll helfen. Ja, das kann sein. Das kann möglich sein, dass es positiv wird, oder... Weiß ich nicht. Wir werden es übersehen. Also, ich bin... Ja. Ich weiß auch nicht, welche Doktrin ich nehmen soll, im Endeffekt. Also, ich entscheide mich zwischen Artillerie, also den richtig einer auf den Lapp knallen, oder eher auf dann die, ähm, Luft, äh, Dings der Booms da, die Engineers. Äh, die, genau, die Airborne zu nehmen. Und die dann halt mit meinen Landeflugzeugen halt abzufacken, richtig. Und denen immer wieder die Gebiete wegzunehmen. Oh, es startet, es startet, es startet. Also, ich werd die Tüllig, die Panzer-Doptrin nehmen, einfach weil, wegen, ist so. Weil du auch deine Gallioppe willst. So sieht's aus. Ich möchte dem Pögi das Leben schwer machen. Ich werd Artillerie nehmen. Ich werd Pengers, die meine Artillerie in den Arsch schießen. Mach das. Wir kümmern uns gleich erstmal um die Brücken. Mach das Blatt. Genau. Ja, genau. Guck nur, dass wir uns nicht selber auf der Insel einsperren. Jungs, zuhören. So, ich hab noch nix zum Brücken kaputt machen. Ja. Problem an der ganzen Sache ist, ich spiel das zweite Mal Ami. Womit können Amis Brücken kaputt machen? Okay, Brücken sind schon kaputt. Äh, äh? Das war neu. Aber egal. Umso besser. Umso besser, umso besser. Ich hab ja die kleine Brücke drüben. So, wo bist du? Oh, wo, äh? Oh, bo, 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 ja. Wie will ich? Danke. Damit sollte ich jetzt auch eigentlich... Jawollo, meine Hauptwitzen haben. Gleich. So, dann schnell einen... meinen Mannschaftswagen holen. MG-Trupp sichert den Sektor. Und ich baue hier schnell mal ein paar Mörser hin, dass ich die schön... damit nerven kann. So, Sprennladungen werden erforscht. Äh, nimm mal die kleine Insel ganz links ein. Ja, ich bin grad unterwegs. Gut, weil dann... Ich hier nämlich schön in Ruhe weiter meine... ...Börser... ...Pflanzen. Meine Leute tun nix. Meine Leute tun nix. Ja, äh... Ja, das Problem ist, das hast du jetzt im Team gepostet. Das kann ich nicht lesen. Tja, so. Beginne mit der Eroberung. An... Ne, an das Team, wie... Muss ich den an alle schicken? Lass uns die Zielposition einnehmen. Ich hab keine Ahnung. Ne, auch nicht. Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal mit anderen Leuten, also... Ihhh, wie uncool. Aber macht nix, wenn Pögies Leute nichts tun. Du bist besser. Besser für uns. Waffenmannschaft bereit. Aber müssen die Nerven gehen. Munitionswerker gesichert. Sicher den Sektor. Warte bereit. Vielleicht keine Truppen da stehen. Jawohl. Wir werden die Zielposition einnehmen. Hey Leute, hör'n wir mal zu... Da brechen Schuss ab, los. Der Ober. Warum eingeleitet. Bringen wir das hinter uns. Äh... 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 Hab' ich nicht. Hab' ich auch nicht. Ich bin grad' mir überlegen... Pff... Ja... Der Oberer Munitionswerker. Mach' man da jetzt. Wir haben einen Bauauftrag. Ja, ja, ja. Ähm... Die Zahlposition gehört jetzt uns. Was? Okay Mädels. Hol Hammer und Nägel. Äh... Okay. Du kommst da oben klar? Ich komm' bis jetzt da oben klar. Ich muss halt nur mal warten halt. Und, äh... Hier, denk dran, ne? Versorgungsdinger bauen. Ja, stehen schon. Hä? Nö. Ich muss... Was? Mich nicht. Da, wo es wichtig ist, stehen die Beobachtungsposten. Okay. Die bringen ja nur was bei Munition und, äh... Nö, nö, nö. Kriegst du auf. Nö, 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 nö. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Du bist doof. Nee. Doch. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, der nimmt grad hier die kleinen Insel ein hier bei mir. Ja, ich weiß. Warte, warte, ich schick dir meine beiden Mörder drauf. Badum! 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 Und kaputt, 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 kaputt. Noch mal, noch mal. Ach. Kopp, die geht noch. Badum! Guck, 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 guck! Ritt rein! Ah! Ah! Ritt weg, schade. Gnappt euch euer Zeug und macht euch bereit! Kommt schon und bewegt euch, Jungs! Gruppe erwartet Befehle! Pioniere hier! Connection lost! Connected! Hm. Hallo? Hallo? Ja, was genug Männer! Hey, Leute! Scheiße, der hat den Graben vor mir fertig. Wie uncool. Versteh dich nicht? Hä? Hallo, ich bin noch da. Hä? Wer war gerade bei uns? Ja, keine Ahnung. Fucking kacke, ey. Ja, der hat den G-Netzter runtergelegt. Macht er immer. Ja, ich weiß. Ich war auch gerade am Bauen. Er war nur schneller als ich. Kein Problem. Ich kann dir jetzt auch gerade nicht so schnell helfen. Ähm. Ähm. Passt auf, dass ihr den Kurs nicht vor die Blinden macht. Ja. Hab ich gerade überlegen. Äh. Geh mal da runter. Dann baust du mir hier eine... Bereit zum Angriff. Geben sie uns nur der Besuch. Na, der Trupp in Bewegung. Eine Fake-Hauptwitze hin. Eine Fake-Hauptwitze? Was ist denn eine Fake-Hauptwitze? Ganz cool. Die kann da, kann ich Angriff vortäuschen. Hier, MG-Trupp. Da nehme ich Panik. Und die stelle ich genau zentral hier hin. Da. Perfekt. So, dann baue ich jetzt. Ich hab keine Punkte mehr. Wie uncool. Boah, das da. Das da. Alter, das kann doch nicht schon mal sein. Walle, alles klar bei dir? Walle! Er lässt mich alleine. Oh. Hallo. Hallo. Na, was ist denn heute hier los? Sag mal. Ich hab keine Ahnung. Wir sind bereit. Los, los, los. Wir sind bereit. 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 Alles okay. Diese Spine schießt auf uns. Ich brauche Position. Verschafft euch bei den Topf. Der Arsch beschießt mich mit Mörser. Feindliche Einheit ausgeschlossen. Ja, ich hab ja auch. Pioniere bereit für die Schmerzen. In Quatriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Pioniertrupps werden verstärkt. In Ordnung, Männer. Es gibt doch nicht. Der drückt an meine Leute oben. Die Augen in meine Richtung. Schwing deinen Arsch in Deckung, Idiot. Hier wird nichts eingenommen. Hier wird nichts eingenommen, auch wenn ihr schon auf der mittleren Seite seid. Ich brauche hier Hilfe. Warum brauchst du Hilfe? Wo brauchst du Hilfe? Rechte Seite unten ist bei mir hier Pohn offen. Der hat hier dumme Mörser stehen und ich komme mit meinem Mörser nicht hin. Okay. Ja, was soll ich jetzt dagegen tun? Ja, ich hab wohl nicht mal Mörser. Das ist ja das Schlepper. Doch. Ich muss boah. Ich lass da mal meinen Mörsertrupp hinschießen, wenn es geht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich hier gerade ziemlich auf den Sack fliege. Schön auf den Sack ist gut. Alter. Alter, was haben die für Mörser, die Schweinehunde, ey. Krass, ne? Alter Schwede, ey. Das ist krass. Das ist einfach übel, ey, hier. Ich hab keine Ruhstoffe. Das Sourcen ist viel schlimmer, ey. Tidum, Tidum. Boah, Hilfe! Ja. Das gibt's nicht, ne? Der Mörser-Team ist tot. Ja. Du bist das Schuld. Alter! Das ist so witzig. Ich kann nix insetzen. Nix. Ich hab kein richtiges... Ich sag ja, Wehrmacht und sowas ist echt übertrieben. Unfair. Ja. Kein Kommentar. Alter. Ich weiß noch nicht... Ey, Alter. Das... Bro. Einmal über die Karte, bitte. Einmal mördern. So, ich komm nicht mal... Das ist lustig, ich komm nicht mal mit meinem Mörser-Team dahin. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal die Seite an. Die ist komplett weggebombt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ey. So, ich kann's vergessen. Das ist nicht gut. Infanteriegruppe meldet Verluste. Ah, ah, ah. Alter, geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ach. 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 Ach.